auto serien präsentiert ihnen heute den neuen mercedes gle 63 mgs das erste auto auf dem markt schon bei uns zu haben zwei monate vor der offiziellen präsentation in schwarz innen drinnen braun absolute vollausstattung mit neid paket außen also alle chrome teile in schwarz das fahrzeug ist ein absolutes traum sieht einem bmw x6 sehr ähnlich aus wurde auch extra von marcelis in diese richtung gebracht schwarze alle felgen einstiege so Innen drin in Braun, ein wunderschönes Fahrzeug, Alcantara Dachhimmel, alles in Carbon. Das Fahrzeug ist von uns so zusammengestellt worden und auch bestellt. Vollausstattung mit Sportauspuffanlage, Performance Lenkrad, Panoramadach sowie Fernseher hinten, Bang & Olufsen Sound System, also das Beste, was Mercedes Haus zu bieten hat. Die Olufsen, das Beste und das Beste und die Erechner dahinter ist, das Beste und die Erechner abให��en Koffer. Eine große Erechner, der Beste und die Erechner verletzend. Sieg in den Koffer und die Erechner in den Koffer. Die Erechner, der Beste und die Erechner, der Beste und die Erechner, die Erechner in der Koffer. Soundcheck! Hier mit der Karbonleisten, Bank und Offensensoundsystem, Fernseher hinten. Wunderschönes Auto. Kommen Sie zu uns, erwerben Sie die ersten und schönsten Fahrzeuge auf dem Markt. www.autoserien.de Der erste GLE 63 MGS auf dem deutschen Markt. Kommen Sie zu uns, Sie werden glücklich, Sie werden hier bedient. www.autoserien.de